Der ist gestunnt zu dir geflogen. Hey, Digga! Danke. Der stirbt halt auch noch, ne? Komm schon, komm schon! Bitte! Schild! Ich bin so gut! Hä, was ist das für ein wehrter Schatten, der da hat? Hä, der Bär! Der Bär, der Bär da war... Ups, der Bär hat neben sich ne Kalkschatten. Ich komm. Der mein Stun raus, weil ich eigentlich nur es hier essen wollte. Nice, danke. Nein, lassen wir. Sorry! Ja, ich bin der, ich hab's gemerkt. Der ist sogar noch geflasht. Und hat den Bär geraucht. Wollen wir den schon... Scheißen, da von ihm. Wie schnell bewegt sich eigentlich diese Kacke? Was macht der da? Ja, kill die scheiß Bitch. Schönes Ding. Er verpisst sich einfach, nachdem er seine scheiß Ult hin geplaced hat. Hör auf. Oh mein Gott, war das schlecht, Digga. War das schlecht von mir. Ich hab getarried. Warum kommt ein Pariering mich daraus? Mein Gott, sie ist einfach wieder zurückgedasht. Das tiltet mich. Mein Gott, ich sterbe halt wieder durch diese Scheiße hier. Mann, was ist denn das? Ich sterbe wahrscheinlich jetzt einfach jeden Moment. Ah, ich bin tot. Onion. Ja, komm, ey. Ich lasse hier keine Vision drin sein. Wie oft hat der eigentlich seine Scheiße in, Alter? Oof. Wo kommt der denn her? Meine Güte. Ja, ich hab ihn gekillt. Komm, der Bus. Ich werde irgendwie da keinen Kill. Aha. Guck, sag ich doch, Nikki. Um Sonjas geht's nur um den Effekt. Zu. Ja, ich weiß. Hab ich auch gesagt. Ja, der hat ja. Für die Arcade komm ich gleich nochmal. Ah, ja. Die will, glaub ich, gleich einfach sterben. Ja, ja. Oh nein. Helft mich. Ich wollt's grad sagen. Die, geh, 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 geh. Nibas, komm zurück jetzt. Oh, was passiert aber unter mir? Keine Ahnung, ich will wieder von Alessandra weg. Das haben wir von. No. Geh weg. Ah. Deswegen soll ich weggehen. Digga, ich seh gar nichts. Da, hier, mein Kill. Triple Kill. Kleiner Drecksack. Keine Ahnung, das kommt ins Video rein. Ja, ich dachte nicht, dass er mich instanz zahnt. Verdruck mit. Verdruck mit. Werner Panther? Ja, der kommt nicht. Schön. Du hast jetzt anwesend wieder nichts bekommen. Willst du nicht sagen, dass fünf Leute in dir stehen? Ich bin eh tot, also es bringt's nichts, wenn die runterkommt. Oh, wir konnten helfen, um zu sterben. Nein! Nein! Oh, fuck. Wait, den müssen noch turnen. Hey, der, der, der Abschluss. Hey, der fliegt da jetzt. Oh, the fuck. Ich seh nicht, wo muss ich denn hin? Wieso bin ich denn so geslow? Was ist denn mit ihm eigentlich los? Also, also, also. Muss ich das verstehen, Alter? Die hatten da sogar Vision. Oh, shit, Alter. Jetzt sind Kaiser. Mann, nerv mich nicht! Ach, komm schon! Du useless fuck! Wieso habe ich fucking 470 Leben? Wieso habe ich... Wieso regeneriere ich Leben? Ich bin tot. Ja, der hat eine Q geblieben, mein Spiel. Ja, aber er hat sie... Warte, 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 warte. Ach, Mann, Niki, warte doch. Auf was denn? Weiß nicht, bis er fast zurückgeblieben ist. Runden ist Nanz. Toll. Warum ist wieder... Warum ist... Warum ist... Warum ist... Warum ist... Warum ist... Ich bin tot, also, ich bin nicht mal. Okay. Mann, was ist mit der? Digga, das war so gut. Vigo. Ich habe gar kein Mana. Ich habe gar nichts gemocht. Hilfe. Warte, mein Bär. Mein Bär macht sie voll fertig. Der ist halt echt schneller. Ich sehe einfach, wie gneitet wäre sie tot. Der fühlt gleichzeitig mit mir hat, dass er einen scheiß Flash gemacht. Das ist jetzt natürlich sehr bad für mich. Mein Gott. Ihr scheiß Shield. Ich muss kann warten. Mann, kann ich sie jetzt bitte killen? Kann ich sie bitte killen? Ey, ich... Junge, die macht so gar keinen Spaß mit dieser Lane. Sie muss jetzt einfach wieder becken. Ich muss wieder becken. Leck mich doch jetzt. Holy shit. Das ist sehr geil. Wie habe ich die Kabel nicht bekommen? Ein Caster-Minion. Ein Caster-Minion nimmt mir die Kabel. Ach, Digga. Wenn ich nochmal einen Botfall schande, dann gehe ich mit den Herold. Dann mache ich her. Stimmt ihr? Komm, komm, zurück, denkst. Die stirbt wahrscheinlich nicht. LOL. Ich seid ihr Herold angesetzt und stirbt dann einfach durchs Ignite. Komm nicht her, oder? God, the better fuck me. Oh, die kommen da gerade alle, Dennis. Meine Güte. Ich habe Senna noch irgendwie gekillt. Jurgi, Alter, das war so ein geiler Flash-Engage wieder. Ich muss mich wieder so selbst beneisen, ne? Ach, nö. Bis dann. Oh, lol. Sie haben surrendered. Okay. Das ist so sad. Ja, was soll die machen? www.hans.gov.de. Untertitelung des ZDF für funk, 2017